Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich spreche jetzt heute live über den gefährlichsten Gegenstand in eurem Besitz, nämlich dein Handy. Und ich spreche über eine Entscheidung, die alles verändern wird, die sehr vieles verändern wird und merkt euch meine Worte mit dem heutigen Datum, 9. April, merkt euch meine Worte. Ich spreche 10 Minuten über diese Entscheidung und die verrückten Auswirkungen, die diese Entscheidung haben wird. Wenn du die ersten 10 Minuten dieses Videos gesehen hast, wirst du den Fingerabdrucksensor und Face-ID deines Handys ausschalten. Zumindest wirst du nachdrücklich darüber nachdenken. Und du wirst hoffentlich dir unsere Tipps merken und nie dein Handy der Polizei freiwillig, das heißt ohne zu widersprechen, übergeben oder auch ohne richterlichen Beschluss der Polizei dein Handy übergeben. Es geht um die Grundfrage, darf die Polizei dein Handy, wenn es beschlagnahmt wird, vor dein Gesicht halten oder unter Zwang deinen Daumen draufdrücken, um es zu entsperren. Es gibt da einen neuen Beschluss des Landgerichts Ravensburg, der relativ unspektakulär ist, weil im Endeffekt es auch vorher schon relativ eindeutig die Meinung gab, ja, die Polizei darf es, die Polizei darf das Handy mit Gewalt entsperren, mit Fingerabdrucksensor und auch vor das Gesicht halten. Das war früher so sehr umstritten und jetzt gibt es eben erstmalig eine Entscheidung eines Landgerichts, die sagen, okay, ist es zulässig. Aber ist euch die Tragweite dieses Beschlusses eigentlich bewusst? Dieser Beschluss ging durch die Medien, gab auch schon einige YouTube-Videos von Kollegen dazu, aber merkt euch meine Worte, dieser Beschluss wird einiges verändern. Mir wurde dieser Beschluss im Original freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Kollegin Öz aus München. Wir haben, hier ist der Beschluss, also wenn ihr es lesen wollt, gerne dann im Nachhinein auf Pause drücken, der Livestream wird online bleiben. Wir haben hier ein Paragraf 81b, ermächtigt schon dem Wort laut nach zur Abnahme von Fingerabdrücken bei Beschuldigten. Klar, soweit, so gut. Die Maßnahme hat der Beschuldigte als Passivmaßnahme zu dulden, im Fall des Widerstands berechtigt zur Anwendung unmittelbaren Zwangs, etwa durch Auflegen der Finger des Beschuldigten auf den Fingerabdrucksensor. Wenn ihr den Rest lesen wollt, drückt gerne auf Pause. Wie immer werde ich jetzt 10, 15 Minuten über das Thema reden und dann eure Fragen auch gerne allgemein zum Strafrecht beantworten. Wo liegt das Problem? Wir haben Paragraf 94 Strafprozessordnung und 98 Strafprozessordnung. Ich halte mich mit den juristischen Ausführungen relativ zurück, aber kurzer Ausflug muss leider sein. Paragraf 94 Strafprozessordnung erlaubt die Sicherstellung und die förmliche Beschlagnahme. Das heißt, die Polizei kann dein Handy beschlagnahmen mit richterlichem Beschuss. Wo liegt jetzt mein Problem? Weil eigentlich war es schon vorher, die Jahre davor, einhellige Meinung, ja die Polizei kann das tun. Wo liegt mein Problem? Ich zeige euch Paragraf 98 Strafprozessordnung und hier liegt der riesige Knackpunkt. Beschlagnahmen dürfen nur durch das Gericht angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug auch durch Staatsanwaltschaft und die Polizei. Wenn die Polizei dein Handy beschlagnahmt, brauchen die dafür einen richterlichen Beschluss. Richtervorbehalt. Ausnahmsweise bei Gefahr im Verzug kann auch die Polizei ohne Richter beschlagnahmen. Klassischer Fall irgendwie, mitten in der Nacht wird jemand festgenommen oder es muss das Handy überprüft werden wegen irgendwelcher Bilder, Chats oder was auch immer. Und dann beschlagnahmt die Polizei das, weil wenn die warten bis zum nächsten Tag und holen es erst am nächsten Tag bei dir, hast du die Möglichkeit alles zu löschen. Du kannst Beweismittel vernichten, klassisch Gefahr im Verzug. Dann kann die Polizei ohne Richter das Handy beschlagnahmen. Schlau wie du bist, teilst du der Polizei nicht den PIN mit, entsperrst es nicht für die Polizei und gibst dir auch den Entsperrcode nicht. Heißt, das Handy liegt bei der Polizei und wartet darauf, dass es irgendwann entsperrt wird. Mit technischen Mitteln ist das möglich. Dauert von einigen Stunden bis zu Monaten oder Jahren, wenn es quasi gewaltsam entschlüsselt wird durch die Polizei, durch das LKA oder durch externe Dienstleister. Und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, dich dagegen zu wehren. Das heißt, du kannst, und dann sind wir wieder in § 98, die richterliche Entscheidung beantragen. Beziehungsweise ist die Polizei, wenn du widersprichst der Beschlagnahme, dann ist die Polizei sogar verpflichtet, eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Das heißt, innerhalb von drei Tagen muss die Polizei dann das dem Richter vorlegen und der entscheidet dann darüber, ist die Beschlagnahme rechtmäßig ja oder nein. Und jetzt haben wir das Riesenproblem. Wir haben nämlich die Rechtsgrundlage, ich habe ja vorher die Entscheidung gezeigt, wir haben die Rechtsgrundlage für das Auflegen des Fingers. Das ist jetzt ganz kurz, nur für die, die es wirklich stark interessiert. Bei der Sicherstellung, zum Beispiel, wenn ein Tresor sichergestellt wird oder ein Rucksack, dann erlaubt das Gesetz nicht nur die Beschlagnahme, sondern auch, dass er gewaltsam geöffnet wird. Beim Handy ist es nicht so. Beim Handy geht die Rechtsprechung den Umweg über die erkennungsdienstliche Maßnahmen. Die erkennungsdienstliche Behandlung haben wir hier, das § 81b Absatz 1, Alternative 1. Wenn es für die Zwecke des Strafverfahrens oder für die Durchführung des Strafverfahrens erforderlich ist, dann kann die Polizei Fingerabdrücke nehmen, Fotos machen, erkennungsdienstliche Behandlung. Klassischerweise geht es immer um Fingerabdrücke und Fotos, dann Größenvermessungen, dann werden Tattoos fotografiert. Das regelt alles die erkennungsdienstliche Behandlung. Dieser Paragraf wurde kürzlich reformiert, aber in der Praxis kaum relevant. Dieser Paragraf wurde eingeführt 1933. Und seitdem wurde der Absatz 1 nicht nennenswert verändert. Und der riesige Knackpunkt bei § 81b Strafprozessordnung ist die Zuständigkeit. Wir haben nämlich bei § 81b bei der erkennungsdienstliche Behandlung eine Zuständigkeit der Polizei. Das heißt, nicht Richtervorbehalt, nicht Staatsanwaltschaft, nicht mal Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft, sondern jeder Polizist kann bei § 81b Alternative 1 die erkennungsdienstliche Behandlung anordnen. Das heißt, und das ist meine Warnung, was in Zukunft, ich gehe jede Wette ein, sehr häufig passieren wird, wenn nicht sogar mehr oder weniger gängige Praxis sein wird. Die Polizei beschlagnahmt Gefahrenverzug ein Handy. Wie wir vorher gehört haben, müssen die dann, wenn du widersprichst, spätestens nach drei Tagen eine richterliche Entscheidung herbeiführen. Und was macht die Polizei dann? Gefahrenverzug? Okay, wir ordnen jetzt an, dass das Handy entsperrt wird. Und dann bist du bei der Beschlagnahme und dann sind wir in dem, was das Landgericht Ravensburg so hässlich beschreibt, dann wird das Handy entsperrt. Unter Zwang. Das heißt, du bist irgendwo in der Nacht festgenommen, hast vielleicht irgendwie irgendwas Verbotenes im Rucksack, okay, wir beschlagnahmen jetzt das Handy. Und dann ordne ich, Polizist, jetzt an, erkennungsdienstliche Behandlung, Handy entsperren, Fingerabdruck. Wenn du dich weigerst, mit Gewalt. Und dann hat die Polizei mindestens drei Tage lang dein entsperrtes Handy bei der Wache. Und weißt du, was du dann tun kannst? Dann kannst du dich rechtlich dagegen wehren. Und die Polizei hat mindestens drei Tage Zeit, mit deinem Handy zu tun und zu lassen, was sie wollen. Die können deine WhatsApp-Nachrichten lesen, deine Bilder anschauen, deine Videos, deine E-Mails lesen. Auf deinem Handy ist dein ganzes Leben. Und da liegt mein Problem. Dieser Paragraf 81b ist fast 100 Jahre alt. Vor 100 Jahren, werden jetzt auch die Jüngsten unter uns wissen, gab es noch keine Handys. Da gab es noch nicht mal Telefone in Privathaushalten. Da ging es um was anderes. Da ging es darum, Fingerabdrücke vom Tatort und nicht entsperren. Und dieser Paragraf geht deutlich zu weit, wenn man ihn auch auf ein Handy anwenden würde. Weil ein Handy heutzutage einen ganz anderen Stellenwert hat, als noch vor 15 Jahren. Oder als vor 30 Jahren ein Telefon. Auf dem Handy, das ist mein höchstpersönliches Leben. Mein komplettes Leben befindet sich auf meinem Handy. Das ist meines Erachtens rechtswidrig. Behaupte ich oft. Diesmal bin ich leider sogar wahrscheinlich in der Mindermeinung. Das heißt, Landgericht Ravensburg sagt, das ist korrekt. Und auch viele in der Wissenschaft sagen, dass es korrekt ist. Aber in meinen Augen müsste es reformiert werden. Weil es kann und darf nicht sein, dass die Polizei zwar für jede publische Beschlagnahme einen richterlichen Beschluss braucht, aber mein Handy einfach so mal schnell entsperren kann. Und dann können die drei Tage mit meinem Handy tun und lassen, was sie wollen. Und wir sehen das auch heute schon in der Praxis. Ich kann es euch zeigen. Nämlich eine Verfügung der Staatsanwaltschaft Rostock, die mir freundlicherweise vom Kollegen Maximilian Rackow aus Rostock zur Verfügung gestellt wurde. Hier seht ihr den Kollegen. Folgt ihm auf Instagram. Sehr interessanter Kanal. Hier seht ihr den schmächtigen Kollegen. Genau. Und hier haben wir die Verfügung der Staatsanwaltschaft Rostock. Eine Verfügung der Staatsanwaltschaft. Das hat kein Richter entschieden. Das ist eine Verfügung der Staatsanwaltschaft. Sofern sich im Verlauf der Durchsuchungsmaßnahmen ergeben sollte, dass der die Beschuldigte Mobiltelefone, Tablets oder Computer mutmaßlich fahrerfahrensrelevant nutzt oder genutzt hat und falls diese Geräte mittels eines Fingerabdrucksensors oder mittels Gesichtserkennung gesichert sein sollten, bitte ich darum, dass der die Beschuldigte notwendigenfalls mit Zwang gegen seinen und ihren Willen veranlasst wird, seinen Finger bzw. das Gesicht vor den Sensor zu halten. Hierzu bedarf es keines Richterliebeschusses. Denn es handelt sich um eine durch § 81b gedeckte Maßnahme. Nein. Also leider ja. Weil es leider tatsächlich jetzt eine Landgerichtsentscheidung des Landgerichts Ravensburg gibt, die das so bestätigt. Aber es darf nicht sein. Tut mir leid. Aber so, das darf nicht sein. Gute Frage im Chat. Dann mal die Frage, wo ist dann noch Privatsphäre gegeben? Nein. Eben. Und da ist mein Problem. Weil es gibt dann, von früher gibt es so, wenn Wohnraum überwacht wird, dann dürfte so der höchstpersönliche Lebensbereich nicht abgehört werden. Irgendwie so, keine Ahnung. Das Schlafzimmer oder bei einer Sicherheit, wenn durchsucht wird und es wird dein privates, persönliches Tagebuch beschlagen haben. Das Tagebuch darf quasi von der Polizei nicht gelesen werden. Oder irgendwelche Selbstgespräche im Auto. Die Studenten unter euch werden es wissen. Da gibt es zig Entscheidungen dazu. Aber Tagebuch, mein Schlafzimmer mit Ton abhören oder irgendwie Selbstgespräche von mir im Auto abhören. Das ist mir alles insgesamt noch deutlich lieber, als wenn jemand mein Handy in den Finger bekommt und hat alles. Jede Information, die er haben will. Ja, genau. Ich habe die Lösung nicht präsentiert. Und wenn ich mein Handy nur mit dem Zahlencode sperre. Ja, genau. Im Endeffekt ist es so, einziger Ausweg ist, biometrisches Entsperren abzuschalten. Das heißt, der einzige Ausweg ist, kein Face-ID, kein Fingerabdruck. Wenn du nur mit Muster, gut, Android ist immer leicht zu knacken, aber jetzt, wenn wir mal vom Apple-iOS ausgehen, wenn du nur mit Code, und zwar mit mindestens sechsstelligem, alphanumerischem Code, das heißt nicht mit vierstellig, eins, zwei, drei, vier, sondern mit Minimum sechs Stellen, mit Zahlen und Buchstaben sicher ist, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, dann sieht es ganz gut aus. Und dann gibt es auch natürlich keine Möglichkeit, das irgendwie unter Zwang durch die Polizei entsperren zu lassen. Was wird Karlsruhe dazu sagen? Ja, ich befürchte nicht viel. Wie immer. Aber im Endeffekt, das ist ja nur ein Beschluss, das heißt, es ist ja eine Entscheidung im Ermittlungsverfahren. Das heißt, dieses Verfahren wird ja noch relativ lange dauern, bis es ernst wird und das Verfahren vor Gericht geht. Und dann muss ja tatsächlich ein Gericht darüber entscheiden. Und da wären wir dann spätestens irgendwann am Oberlandesgericht. Dann macht doch nicht alles aufs Handy. Ein Gerät und euer Leben ist zerstört. Denkt mal darüber nach. Ja, ja schon. Das ist leicht gesagt, aber nur aus meiner Perspektive, mein Leben wäre schon deutlich schwieriger und stark beeinträchtigt, wenn ich mein Handy für bestimmte Sachen nicht mehr verwenden könnte. Also irgendwie E-Mail, Kalender, die ganzen sozialen Medien, das greift ja alles ineinander. Also alleine, wenn der Google-Account läuft auf dem Handy, kann die Polizei ja alles über dich herausfinden, mit Standortdaten und allem. Ich habe ja mein Laptop mit 18 Stellen versehen. Sollen die mal versuchen? Ja. Okay, mit 18 Stellen im Code, da wird es dann einfach. Aber wie gesagt, Fingerabdruck war leider gestern. Beziehungsweise Face-ID ist ja dasselbe. Macht es Sinn, bei iOS die Funktion zu aktivieren, dass das Handy bei 10 falschen Eingaben des Codes alle Daten löscht? Das ist eine gute Frage. Weil es ist ja nicht Try and Error. Weil auch bei iOS ist ja standardmäßig schon eingestellt, dass du, wenn du öfter den Code falsch eingibst, dass du dann längere Zeit warten musst für den nächsten Versuch. Das heißt, es ist ja nicht Brute-Force-Attacke, die das LKA macht oder die privaten Institute, sondern die machen es ja durch die Hintertür. Schöner Kommentar. Durch die technologischen Fortschritte geben sich einfach neue Räume, worauf die bisherigen Gesetze nicht angepasst sind oder gar fehlen. Ganz genau. Und genau da liegt das Problem. Face-ID lässt sich mit einem Trick schnell ausschalten. Guter Kommentar. Also jetzt, wenn wir über iOS sprechen, Face-ID aus, ein Entsperrbutton, also ein Aus-Knopf quasi, fünfmal hintereinander schnell drücken und dann musst du den Code eingeben. Das heißt, dann ist Face-ID aus. Das heißt, wenn du dein Handy noch in die Finger bekommen kannst, dann fünfmal schnell einen ausdrücken und dann verlangt er den Code. Genau. Noch ein guter Kommentar. Face-ID hat doch die Aufmerksamkeitsüberprüfung. Das heißt, wenn die Augen zu sind, dann entsperrt nicht. Genau. Genau. Das ist ein sehr guter Hinweis, weil alles, was wir hier, was ich gezeigt habe, dabei geht es um passive Maßnahmen. Das heißt, du bist ja nicht verpflichtet, dich selber zu belasten. Du bist auch nicht verpflichtet, an deiner eigenen Anklage, Verurteilung, Überführung mitzuwirken. Nemotenetur. CY Akkusare. Niemand ist verpflichtet, sich selber anzuklagen, zu belasten. Die Selbstbelastungsfreiheit. Das heißt, du musst nie etwas aktiv tun. Du musst keinen Code eingeben, du musst nicht aufs Handy draufschauen, du musst nicht aktiv den Finger drauflegen. Das alles nicht. Du bist nicht verpflichtet, irgendwas zu tun. Aber die Polizei kann unter Zwang durchsetzen. Das heißt, du bist nicht verpflichtet, irgendwie den Finger draufzulegen. Aber die Polizisten können natürlich deinen Finger nehmen und ihn drauflegen. Notfalls mit Gewalt. wenn es eine Rechtsgrundlage dafür gibt. Bei der, beim Face-ID ist es so, okay, wenn du die Augen schließt, dann wird es natürlich schwierig. Und Face-ID ist dann natürlich schon schwieriger, mit Zwang durchzusetzen. Weil beim Fingerabdruck, okay, da ist es einfach. Aber bei Face-ID, wenn ich die Augen schließe, mit Gewalt, dann werde ich den Aufmerksamkeitssensor immer erwischen. Aber man kann doch nicht jedes Mal ein alphanumerisches Passwort zum Entsperren eingeben. Wer hat Zeit für sowas? Gibt es einen Tipp mit dem Fünfmaldrücken auch für Android? Ja, schwierig. Android habe ich tatsächlich wenig, wenig Erfahrungswerte. Können die Polizisten meine Augen mit Gewalt aufreißen? Da wären wir dann in einem Bereich, das würde ich ablehnen. Also dazu gibt es keine Entscheidung, aber ich würde aus dem Bauch raus sagen, nein. Wenn man als krimineller Face-ID oder sowas drin hat, muss man aber auch ein bisschen blöd sein, oder? Ja gut, es geht ja nicht nur um Kriminelle. Es kann ja jedem von uns passieren. Es kann ja immer passieren, dass man irgendwie in die Situation kommt, wo man Beschuldigter im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist. Dafür musst du nicht kriminell sein. Also im Endeffekt gibt es ja in Deutschland mehrere Millionen strafrechtliche Ermittlungsverfahren, ähm, nicht mehrere Millionen, aber zumindest über eine Million strafrechtliche Ermittlungsverfahren pro Jahr. Ähm, da wirst du da sind viele dabei, die nicht kriminell sind. Ich würde sogar sagen, die Mehrheit. Woran erkenne ich, ob eine Vorladung als Zeuge durch die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft erfolgt? Weil wenn du eine Vorladung von der Polizei bekommst, als Zeuge, dann ist die ja verpflichtend, wenn sie im Auftrag der Staatsanwaltschaft kommt. Das heißt, wenn ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt, dann ist die Forderung Pflicht, die Vorladung Pflicht. Ähm, das muss draufstehen. Das muss ausdrücklich draufstehen, mit den Rechtsfolgen, das bei Nichterscheinen zwangsweise vorgeführt wird. Schöner, schöner Kommentar. Jura rennt den Akt, also die Rechtswissenschaft rennt den aktuellen Ereignissen immer hinterher und der Gesetzgeber reagiert gar nicht oder zu spät. Das ist einfach mehr als fatal und das merke ich auch im Jurastudium. Danke Konstantin. Vielen Dank. Ähm, ja, rennt hinterher, aber dann würde man sich doch wünschen, dass zumindest die Gerichte dann die Rechtsprechung aktueller auslegen. Weil, also, hier hätte man § 81b schon restriktiv auslegen können. Weil im Endeffekt die erkennungsdienstliche Behandlung so hundertprozentig gar nicht passt. Alleine schon von der Überschrift nicht. Irgendwas finden die auf jedem Handy, genau. Also ich muss nicht kriminell sein, damit die Polizei auf einem Handy irgendwas findet, was irgendwo strafbar ist. also, ich werde, wenn ich lange genug suche, dann werde ich auf jedem Gerät irgendwo mal was Strafbares finden. Und wenn es irgendwie eine falsche Verdächtigung, äh, ja, falsche Verdächtigung weniger, aber ein strafbares Sticker, ein strafbares Bild, ein strafbarer Witz, eine Beleidigung, eine üble Nachrede, alles Mögliche. Oh ja, das gibt mir schöne Gelegenheit, Werbung für unseren Kanal zu machen. Es reicht doch schon, prügelnde Polizisten zu filmen und du bist dein Smartphone quit. Ja, ja, ich habe nämlich, also wenn ihr für Strafrecht interessiert, abonniert den Kanal und schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr bei den Livestreams rechtzeitig benachrichtigt werdet. Ich werde demnächst in, spätestens in der Woche wahrscheinlich ein Video machen, zu der Frage, darf ich die Polizei im Einsatz filmen? Es ist nämlich nicht so einfach beantwortet. Das wird, wird hoffentlich interessant werden. Kann ein Beschuldigter eine psychologische Begutachtung verweigern? Wird dann trotzdem etwas begutachtet? Ja genau, das ist dieselbe Frage wie beim Handy-Insperren. Du musst an deiner eigenen, an deinem eigenen Ermittlungsverfahren nicht mitwirken. Du musst dich nicht selber belasten. Das heißt, du musst an deiner psychologischen Begutachtung nicht mitwirken. Das heißt, es wird dann vielleicht trotzdem der Gutachter zu dir kommen, aber du musst den weder reinlassen, noch mit dem reden. Also im Endeffekt wird da nicht viel passieren. Und so kann man auch oft dann zum Beispiel eine Unterbringung nach § 64 StGB vermeiden, wenn man einfach nicht mit dem Gutachter spricht, dann wird es auch schwierig, da eine konkrete Prognose abzugeben. Wie leicht ist es für die Polizei, Google-Accounts anzuzapfen? Wie häufig passiert das und in welchen Fällen? Extrem selten, weil die Amerikaner da sehr restriktiv sind. Also das ist nicht so leicht, wie jetzt beim deutschen Anbieter bei der Telekom irgendwas abzufragen, sondern die brauchen dann Rechtshilfe suchen in den USA. Das ist alles bedeutend schwieriger bzw. Google gibt da sowieso nur sehr sparsam Daten raus und kompletten Zugang für einen Google-Account. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das jemals passiert wäre, dass Google der Staatsanwaltschaft oder der Polizei kompletten Zugang zu einem Account gibt. Ja, das örtliche Revier hat da vorher noch eine Frage. Wie sieht es mit Face-ID aus, wenn man die Augen schließt? Augen zu, kein Face-ID. Also Face-ID zu entsperren ohne Augen, unmöglich. Das örtliche Polizeirevier schmeißt mir einen Zettel in den Briefkasten mit Bitte um Rückruf bei der Dienststelle. Das Ding kann ich getrost in den Müll werfen, oder? Könntest du schon, die soll man nicht unbedingt ratsam, weil wenn die Polizei schon einmal bei dir war, dann kann es gut sein, dass die nochmal kommen. Das heißt, ich würde schon irgendwas tun. Also normalerweise ist ja unser Tipp immer im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, je weniger du tust und sagst, desto besser. Aber wenn die Polizei dir eine Vorladung schickt oder dich anruft, dann solltest du schon irgendwie irgendwas machen. Das heißt, zumindest einen Termin absagen und sagen, ich möchte mich nicht äußern, Ende. Oder zum Anwalt natürlich, wenn es, ja, wenn es finanziell funktioniert. Vielen Dank, Herr Kollege, für das Video. Ach so, die Kollegin ist ja online. Vielen Dank für den Beschluss. Freut mich sehr. Ich bin gespannt, ob die Daten im Verfahren verwertbar sind. Viele Grüße aus München. Ja, ja, würde mich auch interessieren. aber ich befürchte, dass es eng wird. Ich drücke aber die Daumen. Ich schaue dir aus Costa Rica zu und feiere deinen Kanal. Peter Guava. Vielen Dank. Googelt mal nach dem Privacy-Handbuch. Dort findet ihr alle Infos, wie ihr halbwegs sicher mit eurer Technik umgeht. Vielen Dank. Schreibe ich mir auf. Schreibe ich mir auf. Ist das Wissen oder ihr Glaube? Für Europa ist doch Google Irland der Vertragspartner. Ja, Vertragspartner, aber die Daten liegen ja in den USA, soweit ich weiß. Aber da bin ich jetzt tatsächlich nicht der Experte. Das war jetzt einfach nur eine Mutmaßung von mir, weil ich davon ausgehe und weil ich eben aus der Praxis weiß, dass komplette Google-Account-Daten eigentlich nicht vorkommen, dass die bei der Polizei landen. Wie sieht es aus mit Google-Standorten, wenn sie das Handy-Passwort haben und wie weit zurück lässt sich das verfolgen? Das kannst du selber nachschauen. Das kannst du selber nachschauen. Du kannst in deinem Google-Account einfach nachschauen, welche Standortdaten gespeichert werden und wie lange. Das sollte man mal machen. Das ist teilweise erschreckend. Eine Nebenlösung für den Fingerabdruck. Fingerkuppe beziehungsweise es reicht ja, die Haut zu verletzen. Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn du irgendwie deinen Fingerabdruck dann jetzt auf die Schnelle irgendwie, keine Ahnung, noch verändern kannst, dann könntest du verhindern, dass es entsperrt wird. Aber ja, irgendwann wächst er ja doch nach. iPhone 8 leicht zu knacken, Code und Fingerabdruck vorhanden gewesen. Ja, also iPhone 8 kriegt die Polizei auf. Es ist zwar ein Aufwand, weil iPhone ist, iOS ist immer ein Aufwand, aber iPhone 8 ist doch schon ziemlich alt. Da wirst du ja gar nicht mehr unbedingt das aktuellste iOS haben. Das heißt, das ist relativ einfach zu knacken. Können Sie sagen, was für Strafen die koksenden Polizisten in München erhalten haben? Ganz unterschiedlich. Das waren ja über 25 Angeklagte. Ganz unterschiedlich. Also von schweren Geldstrafen über Bewährungsstrafen bis hin zu, ich glaube, wurden auch Verfahren eingestellt. Also wir haben, glaube ich, ein oder mindestens, also mindestens einen haben wir auch verteidigt, aber, ich glaube sogar zwei, aber die Strafen komplett unterschiedlich. Weil das ging um sehr, sehr viele verschiedene Fälle, dann Erwerb, Strafvereitlung und alles Mögliche. Ja, sehr wichtige Frage. Ein Freund von mir sitzt in Untersuchungshaft. Kann ich ihm bedenkenlos einen vertraulichen Brief in die JVA schreiben oder muss ich damit rechnen, dass die Behörde mitliest? Die Behörde liest mit und zwar garantiert, also muss ich nicht nur damit rechnen, sondern die liest in den allermeisten Fällen, wenn jemand in Untersuchungshaft kommt, das heißt in Haft bis zum Prozess, wird angeordnet, dass die Post zu überwachen ist. Das heißt, die Staatsanwaltschaft liest jeden Brief, außer die Briefe vom Verteidiger oder die Briefe an den Verteidiger. Aber alle private Post von deiner Frau, deinen Kumpels, die werden alle gelesen. Das heißt, wenn du einem Freund in einem Untersuchungshaften Brief schreibst, dann tust du ihm keinen Gefallen, wenn du irgendwas über das Verfahren schreibst, sondern wenn dann nur ganz private Sachen, nichts über finanzielle Sachen, nichts über Betäubungsmittel, Alkohol, sondern nur Unwesentliches und auf keinen Fall irgendwas über die Sachen. Ist Android denn im Vergleich zu IOIs leicht zu knacken? Ja. Also ein ganz Standard-Android-System ist bedeutend leichter zu knacken als iOS. Es wäre doch ein guter Tipp extra für solche Kontrollen, ein zweites Handy im Auto zu haben, ohne relevante Daten und das anstatt dem echten herzugeben. Das hast jetzt du gesagt, aber ja, funktioniert in der Praxis, klar. Also, wenn die Polizei noch sucht und die suchen das Handy und die haben ein Handy, dann sind die meistens zufrieden. Würden Sie bei einem Diebstahl von geringem Wert ein Geständnis empfehlen, damit das Verfahren eher eingestellt wird? Nur wenn es eindeutig ist, also im Endeffekt, wenn du jetzt keine Ahnung, beim Kaufhaus Diebstahler wischst du das dann, ja, aber bringt auch wenig. Also im Erwachsenenstrafrecht macht es ja für die Einstellung wegen Geringfügigkeit keinen Unterschied, ob du schuldig bist oder nicht. Aber ob du geständig bist oder nicht, das heißt, ob du es zugibst oder nicht, ist im Erwachsenenstrafrecht relativ egal. Es wird nur im Jugendstrafrecht relevant bei § 45 Jugendgerichtsgesetz. Für iPhone 7 gibt es kein Update mehr, das 8er gibt es Updates. Aber gibt es noch Updates für das komplett aus aktuellste iOS? Aber ich bin überfragt. Können Sie ein paar Infos zur Akteneinsicht geben und ob man das als Privatperson so einfach machen kann, um zum Beispiel seine Blutwerte zu überprüfen? Ja, mittlerweile ist es so, dass du auch als Privatperson ohne Anwalt Akteneinsicht nehmen kannst. Das ist auch gesetzlich geregelt, aber du kriegst die nicht zugeschickt. Du musst quasi hinfahren und kannst die dann durchblättern. Das heißt, wenn sowas ist, würde ich eher und du möchtest jetzt unbedingt den Anwalt sparen, eher empfehlen, anzurufen und zu sagen, ja, gebt mir doch schnell, bevor ich jetzt irgendwie große Akteneinsicht nehmen muss, kostet uns alle nur Zeit, sag, gebt mir doch die Blutwerte schnell durch. Was ist mit VPN-Verschlüsselung? Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also ein VPN verschlüsselt ja nicht die Daten, die physisch auf deinem Handy liegen. wie verhält es sich dann auch bei dienstlichen Geräten, die beim Arbeitnehmer verbleiben? Das heißt, du bist angestellt und hast ein Betriebshandy. Das wird genauso beschlagnahmt wie jedes andere Handy auch, weil es für die Beschlagnahme nach 94 SDPO nicht darauf ankommt, wer Eigentümer ist, sondern es kommt darauf an, wer den Gegenstand im Besitz hat. Nicht mal eigentlich, eigentlich nicht mal das. Schauen wir ganz kurz ins Gesetz. Hier, Gegenstände, die als Beweismittel von Bedeutung sein können. Ende. Und dann haben wir Gegenstände, befinden sich Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person, bla bla bla, können sie freiwillig, können sie beschlagnahmt werden oder Bedarf ist der Beschlagnahme. Das heißt, es ist völlig egal, wem es gehört, es ist völlig egal, wo es rumliegt, die Frage ist nur, können sie für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren von Bedeutung sein, die Gegenstände. Das heißt, Betriebshandy wird genauso beschlagnahmt wie dein privates Handy. Macht überhaupt keinen Unterschied. Hausdurchsuchung. Schöne Frage zur Hausdurchsuchung, auch zum Thema, kann man auch parallel jetzt fürs Handy anwenden, die Frage, darf ich meinen PC in der laufenden Hausdurchsuchung, das heißt, die Polizei tritt gerade die Tür ein, darf ich dann meinen PC aktiv abschalten, bevor die Polizei drangeht, eventuell auch währenddessen den Stecker ziehen, oder ist das ein Verstrickungsbruch? Das ist eine sehr interessante Frage, ja und nein. Verstrickungsbruch wäre es, wenn du quasi einen Gegenstand, der in amtlicher Verwahrung ist oder beschlagnahmt ist, das heißt ein Gegenstand, den die Polizei beschlagnahmt hat, wenn du den zerstörst, ist das ein Verstrickungsbruch, ist eine Straftat. Aber wenn die Polizei bei dir bei der Tür reinkommt und sagt, aufhören, der Computer ist beschlagnahmt, dann ist der Computer noch nicht beschlagnahmt, das heißt, dann sind wir noch nicht im strafbaren Verstrickungsbruch. Wenn die Polizei aber dich wegrammt und setzt dich an den Computer, dann dürftest du nichts mehr machen, weil dann wäre schon die Schwelle zur Beschlagnahme überschritten, dann wäre es ein Problem. Wenn du dann den PC zerstörst oder das Handy klassischerweise die Polizei beschlagnahmt dein Handy und nimmst das Handy in die Hand und wenn du dann das Handy dem Polizisten irgendwie so aus der Hand nimmst und brichst auseinander, dann wäre es ein Verstrickungsbruch und im Widerstand gegen Verstrickungsbeamte wahrscheinlich. Ab welcher Summe kann es bei Betrug zur Hausdurchsuchung kommen? Immer. Es ist unwahrscheinlich wegen 3,50 Euro oder 20 Euro, aber theoretisch es gibt keine Mindestgrenze, wo eine Hausdurchsuchung gerechtfertigt ist. Eine Hausdurchsuchung muss immer verhältnismäßig sein, es gibt einen Richtervorbehalt, aber gibt es keine Untergrenze. Das ist eine schöne Frage, eine interessante Frage. Warum hat gefühlt die halbe Welt AnchorChat Handys benutzt, wenn zum Beispiel WhatsApp solange es verschlüsselt ist, für die Kommunikation verwendet wird? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt war es jetzt restospektiv betrachtet eine sehr dumme Idee AnchorChat Handys zu verwenden und die ganzen Krypto Handys, weil ja, es hätte elegantere Möglichkeiten gegeben, die nicht zurückzuverfolgen sind. Also im Endeffekt wäre es immer die interessantere Variante gewesen, einen Dienst zu wählen, der massentauglicher ist. Das heißt dann irgendwie keine Ahnung, anonyme Wicca-Accounts oder irgend so was, was eben also ich würde, ich möchte jetzt niemandem keinem kriminellen Tipps geben, aber ich würde mich jetzt privat, wenn ich meine Daten schützen will, würde ich mich, wenn ich die Wahl habe, zwischen guter Verschlüsselung und Anonymität immer für die Anonymität entscheiden, weil die Verschlüsselung ist endlich, weil wir wissen nicht, was künstliche Intelligenz in sechs Monaten, zwölf Monaten, 36 Monaten macht, wir wissen nicht, was geknackt wird, welcher Anbieter korrumpiert wird, siehe Darknet-Händler, siehe AnchorChat, aber Anonymität, die ist unschlagbar, wenn jemand Nachrichten schreibt mit Mr. A, Mr. B, anonym, da habe ich auch in 30 Jahren noch Sicherheit, weil wenn meine Daten nicht bekannt sind, sind sie eben nicht bekannt. Wobei man sagen muss, jetzt zur Ehrenrettung aller, die AnchorChat Handys benutzt haben, das waren verschlüsselte Handys, die extra dafür quasi hergestellt wurden vom Anbieter, zur Ehrenrettung der Benutzer, die haben sich ja, waren ja jetzt auch nicht mit Klarnamen angemeldet, sondern die haben ja auch versucht auf Anonymität zu achten. Das hat nur leider nicht hundertprozentig funktioniert. Welche Rechtsmittel hat man als Angeklagter, wenn man feststellen muss, dass Verwahrungsfehler bestehen? Was heißt Verwahrungsfehler? Dass die beschlagnahmte Gegenstände in der Wartungkammer nicht richtig verwahrt wurden? Kaum. Also wenn es keine Wirkung auf die Beweiskraft hat, wird es schwierig. Also nicht so wie in den USA, dass du diese Chain of Evidence hast, dass im Endeffekt genau nachvollziehbar sein muss, wer, wann, wie, welches Beweismittel in der Hand hatte. Schwierig. Ich habe aus der U-Haft immer über den Anwalt geschrieben. Okay, ja, gut, dann musst du einen Anwalt haben, der sich das traut, weil im Endeffekt das ist nicht strafbar, aber das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das ist einer der Paragraphen, über die die Studenten immer lachen, das ist nämlich der sogenannte Verkehr mit Strafgefangenen. Verkehr mit Strafgefangenen ist nichts Anzügliches, sondern es geht darum, dass jemand postalischen Verkehr hat mit jemandem, der in Haft ist oder Gegenstände in die OZVA reinschmuggelt. Wie häufig kommt es vor, dass bei Hausdurchsuchen wegen Besitz oder Erwerb von Betäubungsmitteln Datenträger beschlagnahmt werden? Relativ selten. Es ist, wenn es um sehr viel geht, ja, und wenn es um Cybercrime im weitesten Sinne geht, das heißt irgendwie Darknet-Bezug oder sowas, dann werden auch Datenträger beschlangen. Schöne, traurige Frage. Dürfen Aussagen von einem Beschuldigten, die unter Folter entstanden sind, verwertet werden? Wenn erst durch diese Aussage selbst belastende Infos entstanden sind. Das ist der Fall Daschner zum Beispiel, wo es ja darum ging, dass Polizisten einen Entführer gefoltert haben oder Folter angedroht haben, um um den Aufenthaltsort der entführten Person herauszufinden. Ja, es ist so, es ist eine verbotene Vernehmungsmethode. Folter ist eine verbotene Vernehmungsmethode und Aussagen, die durch Folter entstanden sind, sind nicht verwertbar. Punkt. Das heißt, wenn die jemanden foltern, den Entführer und der sagt, ja, ich weiß, ich gebe es zu, dann ist diese Aussage nicht verwertbar, weil die fußt auf der Folter. Aber, wenn er dann sagt, okay, ja, ich weiß, ich gebe es zu, und so war es ja in dem Fall, die Leiche findet ihr an dem und jenem Platz. Wenn dann die Polizei losfährt und die Leiche findet und auf der Leiche, Beweismittel 1, Leiche, Beweismittel 2, DNA-Spuren auf der Leiche, diese Beweismittel, die DNA-Spuren und die Leiche selber, die sind verwertbar, weil die sind ja nicht ursächlich auf die Aussage zurückzuführen, beziehungsweise nicht unmittelbar auf die Aussage. Die Aussage selber ist zwar nicht verwertbar, aber alles, was dann im Anschluss gefunden wird, in den USA nennt man es Fruit of the Poisonous Tree, das heißt, die Frucht des verbotenen Baumes, das heißt, wenn der Baum vergiftet ist, das heißt, die Grundaussage ist nicht verwertbar, dann sind auch alle Früchte, alles, was danach gefunden wird, nicht verwertbar. So wäre es in den USA. In Deutschland ist so, nee, nee, da sagen die Gerichte, ja, ja, das ist schon alles dann verwertbar, da gibt es so eine Interessenabwägung und da gewinnt meistens der Staat. Ist es schon eine Ordnungswidrigkeit, wenn man ein paar Dutzend SIM-Karten über die Knastmauer wirft? Ja, das wäre eine, das wäre eine Ordnungswidrigkeit. Sind Aussagen im psychotischen Zustand rechtsgültig? Das kommt darauf an, dumme Juristenantwort, aber es kommt darauf an. Also in psychischen Ausnahmesituationen, Alkohol, Betäubungsmittel oder Psychosen, muss man differenzieren. beim Beschuldigten ist es so, wurde er korrekt belehrt, wurde die Person belehrt und konnte er oder sie die Belehrung verstehen. Weil wenn jemand so in einem psychischen Ausnahmezustand ist, durch Substanzen oder durch Krankheit, dass er nicht versteht, dass er ein Recht zu schweigen hat und dass er nicht versteht, dass er einen Anwalt anrufen kann, dann ist auch die Aussage nicht verwertbar, weil dann ohne Aussage ohne Belehrung ist es halt nicht verwertbar. Aber grundsätzlich, wenn man quasi noch an der Schwelle ist, wo man seine Rechte versteht, dann ist es verwertbar. Dann muss man aber schon sagen, wie hoch ist denn der Wahrheitsgehalt der Aussage? Wenn jemand mit 2,8 Promille erzählt, ist natürlich die Frage, wie viel davon kann man überhaupt glauben und wie viel ist erfunden? Oder den akuten psychotischen Schub natürlich auch schwierig, dann irgendwas davon vor Gericht zu verwenden, weil wie glaubhaft ist so eine Aussage? Wenn die Polizei mich durchsucht und etwas Illegales findet, aber sich dann herausstellt, dass die Durchsuchung rechtswidrig war, wie sieht das dann rechtlich aus? Dann gibt es immer eine sogenannte Interessenabwägung, das heißt, das Gericht muss dann abwägen, wie schlimm war denn dieser Rechtsverstoß? Wie schlimm rechtswidrig war denn die Durchsuchung? Und auf der anderen Seite, wie wichtig ist es jetzt, dass wir dieses Beweismittel haben? Wie hoch ist das Strafverfolgungsinteresse des Staates? Und dann wägt das Gericht ab und sagt dann, ja, das Strafverfolgungsinteresse ist wichtig, die Beweise sind wertbar. Also, es klingt jetzt irgendwie lustig, aber in der Praxis läuft es halt einfach so, dass dann meistens irgendwie sich das Gericht drum windet und sagt, ja, ja, alles in allem ist schon rechtswidrig, aber es ist schon auch wichtig, dass Straftäter verurteilt werden, also kann man verwehren. Leider. Lieber Herr Grubbinkler, Sie haben mir mehr Fragen beantwortet, als mein 1844 Euro Anwalt. Ja, wir kosten auch mehr als 1844 Euro. Ist das eine Straftat, wenn ich die Polizei anrotze? Ja, das ist schöne Frage für die Studenten, Preisfrage für die Studenten, ich rotze einen Polizisten an, ist das eine Straftat? Es gibt zwei Möglichkeiten, was kommt an den Sinn? Körperverletzung, Beleidigung. Beleidigung ist definitiv, klar, weil du bringst deine abwertende Meinung zum Ausdruck ist eine Beleidigung, klar, das ist eine tätliche Beleidigung, weil wie kannst du jemanden mehr beleidigen als durch Anratzen? Gibst deine Missachtung zum Ausdruck? Ist das eine Körperverletzung? Weil viele denken, ich glaube, das ist so ein bisschen in der laienhaften Vorstellung, viele denken, eine Körperverletzung ist so jedes Einwirken auf den Körper. Also alles, was mit mir passiert, was ich nicht mag, ist eine Körperverletzung. So, ich habe mit Spucke auf den Sakko und es ist eine Körperverletzung, du hast dem eine körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt. Nein, weil die Körperverletzung ist erst schlafbar, wenn sie die sogenannte Erheblichkeitsschwelle überschreitet. Das heißt, du bist zwar getroffen und irgendwie wird auch dein körperliches Wohlbefinden beeinträchtigt, aber es ist unerheblich, weil der Haupt, der Kern liegt in der Beleidigung. Also das ist keine erhebliche Körperverletzung, wenn du angespuckt wirst, auch im Gesicht nicht. Ausnahme, wenn es tatsächlich körperliche Auswirkungen hat. Das heißt, derjenige ekelt sich so sehr, dass er mit, keine Ahnung, Brechreiz am Boden liegt und ohnmächtig wird. Das ist in der Rechtsprechung so, dann hat dein Anrotzen tatsächlich körperliche Auswirkungen, die die Erheblichkeitsschwelle überschreiten. Das heißt, Ekel, der, und da gibt es interessante Entscheidungen dazu, Ekel, der so weit geht, dass man ohnmächtig wird, das ist strafbare Körperverletzung, nicht nur Beleidigung, es ist dann beides. Wenn ich in einem Not, eine schöne Frage, weil die relativ häufig auftaucht, wenn ich in einem Notwehrfall, du wirst angegriffen auf der Straße, wenn ich in einem Notwehrfall ein Messer, das ich besitzen, aber nicht mitführen darf, benutze, das heißt, ein kleiner Verstoß gegen das Waffengesetz, kann ich dann wegen Mordes schuldig befunden werden? Nein. Und davon muss man sich lösen, weil dieser Frage liegt eine Fehlvorstellung zugrunde. Das ist eine häufige Frage, die uns gestellt wird, kann ich mich in Notwehr mit einer illegalen Waffe verteidigen? Ich habe eine illegale Pistole und werde von drei Mann mit Messern angegriffen, die mich töten wollen. Ja, in der Situation darf ich mich mit der Pistole verteidigen. Du hast dann den Verstoß gegen das Waffengesetz, aber die Notwehrsituation ist Notwehr gegeben. Ist deine Handlung, ich erschieße jemanden oder ich steche jemanden ab, ist diese Handlung von Notwehr gedeckt? Diese Frage ist komplett unabhängig davon, von dem Verstoß gegen das Waffengesetz. Das heißt, du hast dann einen Totschlag, du hast einen Totschlag begangen, ja klar, aber du bist nicht strafbar wegen Totschlägen. Genau. Und der Verstoß gegen das Waffengesetz, deswegen wirst du wahrscheinlich verurteilen. Aber es gibt sogar Meinungen, die davon ausgehen, dass dann sogar der Verstoß gegen das Waffengesetz gerechtfertigt ist, weil der ja mit drin ist. Es ist schwierig zu erklären, auch tatsächlich schwierig nachvollziehbar, aber es gibt tatsächlich eine Ansicht, die sagt, okay, dann ist auch der Verstoß gegen das Waffengesetz, der ist dann auch durch Notwehr gerechtfertigt. Aber wird wenig überraschen, damit wirst du vor dem deutschen Gericht eher nicht durchkommen. Also die werden dann schon, erstens machen wir jetzt mit der Notwehr schon schwierig, weil jeder Richter wird dich fragen, warum haben sie eine illegale Waffe dabei? Ja, und dann ist es auch so, wahrscheinlich wirst du dann, dann wird das Gericht, okay, wenn es jetzt jemanden, der bringt einen Menschen um und wird dann freigesprochen, das wird in den Richterkopf nicht reingehen. Das heißt, die werden dich dann zumindest für ein Waffengesetzverstoß verurteilen, damit du wenigstens irgendwie, erstens, damit du irgendwie einen Denkzettel kriegst und keiden und zweitens, damit jetzt nicht komplett die Gerichtskosten beim Staat hängen bleiben, beim Freispruch. Habe ich durch Sprach und Videoaufnahmen, gibt mir jetzt wieder schön die Gelegenheit zur Werbung, habe ich durch Sprach und Videoaufnahmen einen rechtlichen Schutz vor einer Polizeikontrolle? Das Video dazu wird auch wieder Livestream werden, Video dazu werde ich so in einer Woche wahrscheinlich machen, wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche. Wenn es euch interessiert, abonniert den Kanal, keine Ahnung, wo es bei YouTube geht, wahrscheinlich hier unten irgendwo, da steht mein Name, Gruppwinkler, abonniert den Kanal und schaltet die Benachrichtigungen ein, dann wirst du immer beinformiert, wenn Livestreams kommen und ich plane in der nächsten Woche ein Video über die Frage, darf ich die Polizei filmen, weil da gibt es nämlich sehr viele neue Entscheidungen, also gefühlt in den letzten drei Jahren gab es dazu 25 Entscheidungen von Landgerichten, Oberlandesgerichten, Verwaltungsgerichten, Verwaltungsgerichtshof, alles Mögliche. Jura mit 50 studieren, ist das noch sinnvoll? Ist es noch sinnvoll mit 50 Jura zu studieren? Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nein. Was heißt sinnvoll? Wenn es dich interessiert, ja klar, warum nicht, aber die Frage ist, wenn du mit 50 startest, dann bist du, wenn du richtig Gas gibst, mit 54 durch, mit dem ersten Examen, wenn du dann jetzt noch Anwalt werden willst, dann bist du 56, 57. Dann ist die Frage, lohnt es sich noch? Weil also für 6, 7 Jahre wirst du einplanen müssen, bis du ganz fertig bist. Und dann unterstelle ich jetzt mal, dass es mit 50 auch nicht mehr so einfach ist, irgendwie neue Sachen zu lernen, da wird man sich einfach so mit 18, 19 leichter tun als mit 50. Also ist die Frage, wenn du es unbedingt willst, würde ich es durchziehen. Klar, warum nicht? Spricht nichts dagegen. Aber finanziell lohnen wird es sich nicht, weil du wirst dir jetzt auch schon in einer Position sein, wo du jetzt nicht schlecht Geld verdienst. Und wenn du dir jetzt vorstellst, okay, ich verdiene jetzt die nächsten 6, 7 Jahre und wenig bis nichts, dann wirst du das nicht mehr reinholen. Also finanziell würde ich jetzt eher davon abraten. Lieber Herr Kruppigler, mal was ganz anderes, das ist der beste und sympathischste Anwalt, den ich je öffentlich gesehen habe. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Stellt gerne Fragen in den Chat. Also es sind zwar noch genügend da, aber keine Angst vor Fragen im Chat. Also ihr gebt irgendwelche Straftaten zu, das wäre vielleicht nicht ganz sinnvoll, aber genau, Frage an die Polizisten, die hier mitlesen. Haben eigentlich diejenigen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, auch nur die gehittenen Gesetze eingehalten? Frohe Ostern. Eigentlich wäre das eine schöne Abschlussfrage gewesen, aber ich will schon noch weiter Fragen beantworten. Vielen Dank. Warst du während des Referendariats bei Hausdurchsuchungen dabei? Nein. Nein. Ich war auch tatsächlich nicht bei der Staatsanwaltschaft im Referendariat. Wenn ich beispielsweise im Restaurant die Zeche prelle, welche Straftaten begehe ich dabei konkret? Betrug. Sonst nix. Also ich bin jetzt, ist es wahrscheinlich eher so eine vierte, fünfte Semesterfrage, aber wenn du ins Restaurant gehst und lässt dich bedienen, im Wissen nicht zahlen zu wollen oder zu können, dann ist das ein klassischer Eingehungsbetrug. Sonst aber auch nichts. Herr Gruffengler, haben Sie ADHS? Keine Ahnung, also ich würde sagen nein. Ich, nein, ich würde sagen nein. Wann endet ein Durchsuchungsbeschluss? Schöne Frage, weil die häufig relevant wird. Wann endet ein Durchsuchungsbeschluss? Darf die Kriminalpolizei unmittelbar nach der Durchsuchung noch einmal zurückkommen und weitersuchen? Dürfen sie am nächsten Tag nochmal kommen? Nein. Wenn die Durchsuchung beendet ist und die stellen dir da ein Sicherstellungsverzeichnis aus, Beschlagnahmeprotokoll, je nachdem, wie man es nennen will, heißt bei verschiedenen Polizisten, äh, Bundesländern anders, ähm, und die Polizisten gehen und machen die Tür zu, dann ist die Durchsuchung beendet. Und wenn die nach einer Stunde, nach drei Stunden, nach drei Tagen wieder kommen, dann brauchen die einen neuen Beschluss. Das heißt, das wäre dann quasi eine neue Durchsuchung. Und gibt es irgendwann eine Kooperation mit Herr Anwalt? Keine Ahnung. Also schließe nichts aus. Vielleicht mal ein YouTube-Interview könnte ich mir schon vorstellen. Ansonsten machen wir ja doch sehr verschiedene Sachen. Und wenn ich nach dem Essen erst beschließe, nicht zu bezahlen? Das ist eine schöne Frage. Das heißt, du gehst ins Restaurant, denkst dir auch, jetzt gehe ich mal schön essen und nach dem Essen denkst dir, okay, das war so unglaublich schlecht. Dafür gebe ich euch nichts. Das wäre tatsächlich keine Straftat. Wenn du nach dem Essen dann feststellst, okay, nein, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu bezahlen oder du schaust dann in den Geldbeutel und siehst, okay, verdammt, ich habe keinen Cent Geld dabei, da habe ich einen Fehler gemacht, das wäre nicht strafbar. Betrug ist es nur, wenn du jemanden täuscht und dadurch was bekommst. Und beim Eingebungsbetrug ist es so, wenn du jemanden täuscht über deine Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit, um quasi die Ware zu bekommen, dann ist ein Betrug. Schöne Frage, wenn Ihnen ein Mandant einen Mord beichtet, der noch nicht aufgeklärt ist, fällt das dann unter die Schweigepflicht? Ja, eindeutig ja. Wenn mir jemand Straftaten beichtet, gesteht, die noch nicht aufgeklärt sind, fällt das eindeutigst unter die Schweigepflicht. Also mehr Schweigepflicht geht ja kaum, weil vor allem ist die Frage, wo setzt du denn einen Mord, der noch nicht aufgeklärt ist? Also es passiert ja tatsächlich, ist zwar selten, aber es passiert schon, dass uns Mandanten anrufen und sagen, ja, ich habe die Befürchtung, dass ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren läuft, was soll ich tun? Das fällt alles unter Schweigepflicht. Egal, ob es ein Ermittlungsverfahren gibt oder nicht. Einzige Ausnahme, die Nicht-Anzeige geplanter Straftaten. Also die Nicht-Anzeige geplanter Straftaten, die ist strafbar. Und das gilt auch für uns. Das heißt, wenn ein Mandant kommt und sagt, ich würde morgen gerne meinen Nachbarn umbringen, wie mache ich das am besten? Das müsste ich als Anwalt anzeigen. Aber gilt nur für schwere Straftaten. Ist HHC legal? Da habe ich ein Video dazu gemacht. Vor fünf Wochen. In meiner Unistadt fallen mir häufig Dealer auf. Die machen das recht offensichtlich am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Warum fällt das der Polizei nicht auf, wenn ich es bemerke? Das ist eine gute Frage. Kann ich das so nicht beantworten? Also im Endeffekt die Polizei sieht man ja doch von Weitem normalerweise. Das heißt, die sind dann auch normalerweise schnell genug weg. Endet die Schweigepflicht nach dem Tod des Mandanten? Nein. Nein. Also es ist glaube ich umstritten, aber für mich wird es nicht enden. Wenn Sie das Mandat ablehnen, ja schöne Anschlussfrage, wenn Sie das Mandat ablehnen, weil er Ihnen einen Mord gestanden hat, müssen Sie ihn dann verraten. Das heißt, der Mandant kommt zu mir in Beratung und wir sprechen über seinen Mord, den er begangen hat und dann sage ich, nein, damit kann ich nicht leben, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren, aber wenn es so wäre, ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, Mörder zu verteidigen, ich kann das Mandat nicht annehmen, müsste ich ihn dann verraten, könnte ich dann quasi als Zeuge vernommen werden und müsste dann alles sagen, was er mir gesagt hat, nein. Weil alles, was in der Mandatsanbahnung passiert, ist auch schon von der Schweigepflicht geschützt. Das heißt, wenn jemand bei uns anruft und erzählt mir seinen Fall und ich mache dem ein konkretes Angebot, wenn der dann sagt, oh nee, so viel Geld habe ich nicht, das ist mir zu teuer und es kommt kein Mandat zustande, alles, was wir besprochen haben, fällt unter die Schweigepflicht, eindeutig. Aber nochmal, nicht, dass ihr jetzt irgendwie, dass jetzt 18 Mörder im Chat sich befinden oder das Video sehen und dann nicht zu uns kommen, weil wir keine Mörder verteidigen. Mein Herz ist schwarz genug. Nein, das ist ein Scherz, aber wir Mord differenzieren Menschen nicht nach irgendwie Straftaten, die wir machen oder nicht. Also wir verteidigen auch Mörder. Beziehungsweise wir verteidigen auch gegen den Tatvorwurf des Mordes. Es gibt auch ein postmortales Persönlichkeitsrecht, insofern endet die Schweigepflicht nicht. Ja, guter Hinweis, danke. Ist Liquid Ecstasy für die Polizei nachweisbar? Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Liquid Ecstasy ist GBL, GHB, hat das mit Ecstasy, MDMA nichts zu tun, sondern ist ja quasi mehr so eine Art, ist jetzt eher so als die Date-Rape-Droge bekannt geworden, hat jetzt tatsächlich mit normalem Ecstasy nichts zu tun, ist zwar nachweisbar im Blut, aber sehr, sehr kurz. Deswegen ist auch wichtig, dass alle Opfer von so Date-Rape, Liquid, Ecstasy, Vergewaltigungen, dass die Opfer so schnell wie möglich zur Polizei gehen und so schnell wie möglich zum Arzt gehen. Denn wenn man das erst drei Tage später macht, dann ist gar nichts mehr nachweisbar. Müssen Sie in einer Hauptverhandlung, schöne Frage, müssen Sie in einer Hauptverhandlung das machen, was Ihr Mandant Ihnen sagt, beziehungsweise anordnet? Beispielsweise fragen Sie den Zeugen das und das oder liegt das in Ihrem Ermessen? Nein, muss ich nicht. Also ich kann in der Hauptverhandlung tun und lassen, was ich möchte. Und darum werden wir auch beauftragt. Also wenn der Mandant irgendwie einen Anwalt haben will, der nur das tut, was er ihm sagt, da gibt es billigere. Also wenn du nur jemanden brauchst, der neben dir sitzt, weil Anwaltszwang ist, da findest du jemanden, bei dem zahlst du ein Zehntel von dem, was du bei uns zahlst. Aber du willst ja uns, weil wir die Strategie kennen, entwickeln und durchziehen. Also passiert sehr, 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 sehr selten, dass dann irgendwie ein Mandant sagt, jetzt fragen Sie ihn, so irgend ist. Und spätestens dann ist es eigentlich Zeit, darüber nachzudenken, ob die Kooperation noch funktioniert oder ob man nicht sagt, okay, man trennt sich. Weil wenn man sich über die grundlegende Verteidigungsstrategie und auch Details der Verteidigungsstrategie nicht einig ist und der Mandant meint, er weiß es besser, dann empfehlen wir normalerweise dann andere Anwälte. Weil, wie gesagt, bei uns ist die Investition jetzt relativ hoch und wenn du nur jemanden haben willst, der das tut, was du sagst, da findest du jemanden, der bedeutend billiger ist. Ich bin mit meinem aktuellen Anwalt sehr unzufrieden. 1.844 Euro für einen Brief an die Polizei für Akteneinsicht. Seitdem tut sich nichts, was kein schlechtes Zeichen ist. Macht ein Mandatswechsel Sinn? Kann ich nicht beurteilen. Müsste man den Fall kennen? Kriege ich mein Geld zurück? Wahrscheinlich eher zumindest nicht alles, weil er hat ja was gemacht. Also, ob er einen Anwalt vielleicht so Sinn macht, kann man immer nur im Einzelfall beurteilen. Aber ich würde es immer davon abhängen machen, ist es ein Spezialist oder nicht. Also, ich würde mich jetzt in einer Strafsache, wo es um sehr viel, wenn nicht sogar alles geht für mich, würde ich mich in einer Strafsache nicht von einem Feldwahl, Wiesenanwalt verteidigen lassen, der irgendwie Montag Mietrecht, Dienstag Arbeitsrecht, Donnerstag Sozialrecht und Freitag dann ein bisschen ein Strafrecht macht. Weil da gehst du unter. Weil, ich kann es auch begründen, das soll jetzt keine Werbung für uns sein, weil wir Spezialisten sind, aber ich kann es auch begründen. Wenn du jetzt im Mietrecht bist, also wir machen kein Mietrecht, aber wenn du jetzt zum Beispiel im Mietrecht wärst, dann hast du als Gegner andere Anwälte, die Mietrecht machen. Da sind mal Spezialisten dabei, da sind mal Feldwahlwiesenanwälte dabei, da sind mal Anfänger dabei, da sind mal alte Hasen dabei. Im Strafrecht gibt es das nicht. Im Strafrecht ist mein Gegner die Staatsanwaltschaft. Und das sind immer Spezialisten. Die Staatsanwälte, die machen nicht nur den ganzen Tag Strafrecht, sondern die machen meistens sogar den ganzen Tag ein Spezialgebiet des Strafrechts. Da gibt es dann ein besonderes Dezernat für BCMG, für Betäubungsmittelstraftaten. Und dann hast du als Gegner einen Staatsanwalt, der Spezialist ist und vielleicht zwei, drei Jahre nur Betäubungsmittelstrafrecht gemacht hat. Und wenn du dann da drin sitzt und machst Montag Mietrecht, Dienstag Arbeitsrecht, Donnerstag Sozialrecht und Freitag Strafrecht, dann wirst du es mit den Staatsanwälten nicht ansatzweise aufnehmen. Und deswegen gibt es Spezialisten. Oh, schöne Frage. Wenn ich zu Hause ein G36, also ein Maschinengewehr, in Einzelteilen liegen habe und die Polizei bei einer Durchsuchung alles bis auf den Abzug findet, ist das dann trotzdem strafbar? Jo. Ja. Also insbesondere, ähm, insbesondere scharfe Schusswaffen müsse nicht zwangsläufig einsatzbereit sein, um, damit es strafbarer Verstoß gegen das Waffengesetz ist. Darf ein Pflichtverteidiger von mir Geld verlangen? Ich habe eine Rechnung in Höhe von 850 Euro bekommen, muss ich die bezahlen? Äh, grundsätzlich nein. Also Pflichtverteidiger, mit dem Pflichtverteidiger hast du keinen Vertrag. Der hat keinen Anspruch gegen dich. Der Pflichtverteidiger ist beauftragt vom jeweiligen Bundesland. Das heißt im Endeffekt vom Staat. Der Staat beauftragt den Pflichtverteidiger. Der Pflichtverteidiger wird tätig aufgrund, ähm, des Beschlusses des Gerichts. Mit dem hast du keinen Vertrag, du schuldest dem kein Geld. Außer du hast mit dem einen Vertrag abgeschlossen. Wenn du mit dem irgendwas unterschrieben hast, dass du, dass der was oben drauf bekommt, das geht. Bekomme ich beschlagnahmte Blackbooks irgendwann wieder zurück? Also, du schreibst eh Skizzenbücher, wo Graffitis skizziert werden. Ähm, normalerweise nein. Normalerweise nicht, weil das, ähm, als Tatmittel eingezogen wird. Das ist im Endeffekt wie, wie das Brecheisen beim Einbrecher, so wird das Blackbook oft eingezogen. Aber was ist, wenn der Mandant den behaupteten Tathergang besser analysiert und ihm Details auffallen, die nicht stimmen können? Ja, es kommt auch oft vor, weil ich war ja nicht dabei. Also, es ist ja so, jetzt bei der Körperverletzung zum Beispiel, natürlich weiß der Mandant viel mehr als ich, weil ich weiß nur, was er mir sagt und was in der Akte steht. Aber er selber war ja dabei. Der weiß, wie das Wetter war, der weiß, wer wo vielleicht stand, wer was gesagt hat. Natürlich weiß der Mandant über den Fall mehr als ich, weil er ja in den meisten Fällen unmittelbar dabei war. Der kann mir ja sagen, was stimmt, was nicht. Fragen Sie den Zeugen das und jenes. Das ist auch wichtig so. Also, es ist richtig und wichtig, weil, wie gesagt, ich war ja nicht dabei. Und deswegen, wenn mir dann der Mandant sagt, ja, stellen Sie dem Zeugen doch mal diese Frage, dann bin ich nicht verpflichtet, die Frage zu stellen. Es kann aber trotzdem sehr sinnvoll sein. Das heißt, normalerweise, würde man natürlich dann die Frage niemals blind stellen, sondern kurz sagen, ja, oh, das Gericht, wir bräuchten kurz eine Unterbrechung, weil ich mich mit einem Mandanten besprechen muss, dann geht man raus, bespricht es, warum sollen wir den Zeugen die Frage stellen, was erwarten wir uns denn, was hat er gesehen, was hat er nicht gesehen, und dann gehen wir rein und dann stellen wir eben die Frage oder eben nicht. Aber ich bin nicht verpflichtet, die Frage zu stellen, was nicht heißt, dass es nicht durchaus sehr sinnvoll sein kann. Und meistens, also, in den meisten Fällen wird man es auch machen. Wenn man seinen Anwalt über Telefon beauftragt für Akteneinsicht und man so an die Infos gekommen ist, die man haben wollte, kann man sein Geld über das 14-tägige Widerrufsrecht zurückholen. Nicht alles zumindest. Es ist so, dass du über das Widerrufsrecht, jetzt den Verbrauchernwiderruf, 14 Tage, das Widerruf gibt es auch beim Anwalt, also auch bei uns, aber du kriegst nicht alles wieder. Du kriegst die gesetzlichen Mindestgebühren, die tatsächlich angefallen sind, die bekommst du nicht mehr wieder. Weil es ist ja, es ist ja Tätigkeit passiert. Es ist ja nicht so, wie wenn du bei Amazon jetzt eine Hose bestellst, die schickst du zurück, passt, okay, und dann trägst du nur die Versandkosten. Aber beim Anwalt ist es so, wir haben ja tatsächlich was getan. Und es ist auch gesetzlich geregelt. Das ist aber die zivilrechtliche Frage. Das ist tatsächlich, da hört meine Kenntnis auch schon wieder auf. Ja, schöne, schön. Wie wird entschieden, welche Straftaten der Presse gemeldet werden und welche nicht? Ich verfolge die Polizei-Meldungen und finde da kein schlüssiges Konzept. Einfache, peinliche Antwort, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ob da ein Konzept dahinter steht bei der Polizei oder bei den Staatsanwaltschaften, wann es eine Pressemitteilung gibt und wann nicht. Ich glaube, es wird wahrscheinlich davon abhängig gemacht werden, ob und wann irgendwie was für die Öffentlichkeit interessant ist oder eben nicht. Aber ich finde es schwierig. Also ich finde es, ja, irgendwie, einerseits sagt man so, ja, Urteile gehen im Namen des Volkes, aber andersrum gibt es doch auch Datenschutz. Ist es überhaupt zeitgemäß, dass überhaupt eine Pressemitteilung gemacht wird, weil wen geht es denn was an? Wen geht es denn was an? Wenn ich zu einer Straftat etwas Relevantes weiß, ohne Beteiligter zu sein, das heißt, du bist Zeuge, du weißt, dass deine Kumpels irgendwo eingebrochen sind zum Beispiel, kann ich dem Gericht diese Erkenntnis anonym zukommen lassen? Oder landen anonyme Schreiben bei Gericht oder der Staatsanwaltschaft in der Tonne? Es ist nicht verboten. Das heißt, wenn du dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft anonyme Hinweise zu einem Fall gibst oder auch der Polizei, dann werden die das durchaus zur Akte nehmen. Die Frage ist nur, welchen Beweiswert es hat. Also es landet nicht in der Tonne, es wird bestimmt zur Erkenntnis genommen, aber die Frage ist, welchen Wert hat so eine Aussage? Wenig. Außer es ist extrem detailliert. Warum ist Fahrerflucht mit drei Jahren Freiheitsstrafe schlimmer als vorsätzliche Sachbeschädigung mit zwei Jahren? Bei Sachbeschädigung haben wir ja Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Und bei der Fahrerflucht, der Unfallflucht, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, haben wir drei Jahre Freiheitsstrafe. Also Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Das ist eine sehr gute Frage. Halte ich auch nicht unbedingt für sinnvoll. Also es gibt viele Staaten auf der Welt, in denen die Fahrerflucht überhaupt nicht strafbar ist. Zum Beispiel Österreich. In Österreich, wenn ich mich recht erinnere, gibt es keine Fahrerflucht, die strafbar ist. Da ist Fahrerflucht nicht strafbar. Also ich würde dir sehr recht geben, wenn du sagst, eigentlich ist doch Sachbeschädigung schlimmer als Fahrerflucht. Hat eine Anzeige gegen den Staat wegen einer negativen Blutentnahme Aussicht auf Erfolg? Haben Sie positive Erfahrungen? Nein und nein. Also ich kann mich weder in unserer Praxis noch in der Rechtsprechung erinnern, dass jemals irgendwie da eine Anzeige oder eine Klage gegen den Staat irgendwie von Erfolg gekrönt gewesen wäre. Darf die Polizei ohne Durchsuchungsbeschluss in meine Wohnung? Grundsätzlich nein, außer mit Richterlingbeschluss oder Gefahr im Verzug. Und noch Polizeirecht. Polizeirecht ausgenommen. Wenn nein, was kann ich dagegen tun und wie kann ich es beweisen, wenn ich kein Video habe? Dokumentieren, weil die wollen ja irgendwas mitnehmen. Also du musst dokumentieren, dass du nicht einverstanden warst. Das ist das Wichtigste. Wie lange ist ein nationaler Haftbefehl gültig oder wo kann ich es in Erfahrung bringen? Das ist unterschiedlich. Also wenn der mal besteht, dann, boah, gute Frage. Also wenn der mal besteht, der Haftbefehl, dann ist der erstmal durchgehend gültig und hat jetzt glaube ich kein Verfallsdatum. Ist die Polizei eine Firma? Nein. Könnte es strafbar sein? Schöne Frage. Richtig schöne Frage. Zum Thema nämlich. Könnte es strafbar sein, Sprache aus meinem Hirn auszulesen und öffentlich darüber zu sprechen? Also es ist ja aktuell nicht möglich. Aktuell gibt es zwar irgendwie schon so Experimente im Labor, wo dann irgendwie man links denkt und dann geht der Cursor nach links, aber recht viel weiter ist die Wissenschaft noch nicht. Aber stellen wir uns vor, wie ein Science Fiction Film, in 24 oder 30, 40 Jahren kann ich mein Handy auf den Kopf legen und dann kann meine Gedanken ausgelesen werden aufs Handy. Kann ja praktisch sein, aber ja, wäre das dann, das wäre die ultimative strafrechtliche Ermittlungsmaßnahme. Besser könnte es für die Polizei nicht sein als Gedanken lesen. Gibt es nur eine Akte und was passiert, wenn die verschwindet? Das ist eine sehr gute Frage, sehr schöne Frage. Es gibt grundsätzlich nur eine Akte. Also wenn wir immer reden über Akteneinsicht oder so, es läuft ja so ab, die Polizei eröffnet einen Vorgang. Das heißt, die Polizei eröffnet den Fall und erstellt am Computer quasi das Aktenzeichen mit den betroffenen, beschuldigten Zeugen, mit allem drum und dran und dann gibt es auch eine Akte, die wird von der Staatsanwaltschaft dann erstellt. Und da kommt alles rein, was in dem Verfahren passiert. Durchsuchungsbeschlüsse, Protokolle von Zeugenaussagen, Fotos, Vermerke, Entscheidungen, Beschlüsse, da kommt alles rein. Und davon gibt es grundsätzlich nur eine. Es gibt dann schon den umfangreichen Verfahren und da ist Deutschland wirklich schlimm, gibt es dann schon Zweit- und Drittakten, aber grundsätzlich gibt es noch in den allermeisten Verfahren, in 99% gibt es nur eine. Und wenn die weg ist, ist sie weg. Das heißt, wenn die verschwindet und das passiert hin und wieder, weil ja, es ist einfach nicht jeder Mensch ist perfekt, hin und wieder verschwindet mal eine Akte. Vielleicht eine von, ich würde es mal schätzen, eine von 10.000 verschwindet. Irgendwo. Die wird von der Poststelle falsch zugestellt, verschwindet bei der Post auf dem Weg, sonst wo, weg ist weg. Wenn die verschwindet, dann muss eben die Staatsanwaltschaft oder die Polizei versuchen, das irgendwie wieder zu rekonstruieren und alles irgendwie wieder so reinzubringen in eine neue Akte. Und jetzt habe ich gerade noch ein bisschen einen kleinen Angriff auf die Justiz angekündigt. Wir sind jetzt in Deutschland so, es gibt elektronischen Rechtsverkehr. Das heißt, die Anwälte sind verpflichtet, mit Gericht und Staatsanwaltschaft elektronisch zu kommunizieren. Das heißt, digital verschlüsselt auf einem Extrakanal, der dafür eingerichtet wurde. Das sogenannte BEA, Besonderes Elektronisches Anwaltsbruchstfach. Und auch die Gerichte und Staatsanwaltschaft haben eingerichteten elektronischen Rechtsverkehr. Das heißt, eigentlich sollten die digital arbeiten. Und in umfangreichen Verfahren, sagen wir mal, wir haben eine Anklage am Landgericht mit drei Angeklagten, fünf Verteidigern, einem Nebenkläger und zwei Nebenkläger Vertretern. Das heißt, wir haben dann irgendwie 13 Beteiligte. Wenn jetzt die Anwälte beantragen, alle Akten einzig und dann läuft es so, die Akte geht vom Gericht, Anwalt 1 zurück, Anwalt 2 zurück, Anwalt 3 zurück, Anwalt 4 zurück und so weiter. Das dauert, da ist schnell ein halbes Jahr rum. Und deswegen läuft es bei der Staatsanwaltschaft, bei den Gerichten dann häufig so, aktuell noch, bei sehr vielen Gerichten und Staatsanwaltschaften, da bekommt ein Vermerk, Zweit- und Drittakte anlegen. Und dann sitzt irgendein armer Angestellter im öffentlichen Dienst oder Beamter in seinem Dienstzimmer und kopiert die Akte. Und dann hast du da vielleicht dreimal und dann werden zwei Dritt- und Viert- Akten angelegt, damit die Akten schön alle gleichzeitig an die Anwälte rausgehen können. Und dann geht es halt eben viermal so schnell. Warum zur Hölle scannt dies nicht einfach ein? Also viele Gerichte gibt es, die arbeiten digital hervorragend, aber warum wird es zweimal kopiert anstatt einfach nur einmal eingescannt? Und wenn einfach so wie wir arbeiten, die Anwälte, also wir jetzt, ich weiß nicht, andere Anwälte machen es vielleicht anders, aber bei uns ist es so, jedes Dokument, das reinkommt, wird gescannt, geschreddert, verschlüsselt, gespeichert. Wir arbeiten nur digital. Warum machen das die Staatsanwaltschaft und Gerichte nicht auch so? Alles, was reinkommt, digital in die Akte und ins Archiv. Und dann brauche ich keine dritt-, vier-, fünfte Akte anlegen und irgendwie mit der Postion herschicken, sondern kann ich auf den Knopf drücken und sage Akteneinsicht an alle Anwälte. Und dann geht achtmal Akteneinsicht raus, digital zack, raus. Und anstatt Kosten von Hunderten oder Tausenden von Euro zu produzieren für Kopien, Porto, Angestellte und Zeitverlust, ein Knopf drücken. Warum? Warum? Also wenn teilweise Unternehmen oder Kanzleien so arbeiten würden, wie manche Staatsanwaltschaft und manche Gerichte, da müsstest du relativ schnell zusperren. Darf die Polizei äußern, ihre Freunde konsumieren Drogen? Geben sie es doch zu! Und fällt diese Ausäußern unter eine Beleidigung? Ja, noch nicht. Das wäre wahrscheinlich noch, im Rahmen einer normalen Ermittlungsmaßnahmen oder Frage. Wenn die Staatsanwaltschaft gegenüber dem Justizminister weisungsgebunden ist, kann man als Bürger überhaupt zu seinem Recht kommen? Ja, schon, weil im Endeffekt die Staatsanwaltschaft kann dir ja egal sein, weil entscheiden wird ja immer ein Richter. Und es gibt eine richterliche Unabhängigkeit. Das heißt, die Richter sind ja nicht weisungsgebunden gegenüber den Justizministern. Darf die Polizei mein privates Handy beschlagnahmen, wenn ich es zum Leben zwingend benötige? Kein Bargeld, keine IT-Karte, alles per Google Pay. Nein, ja, also ja, kann beschlagnahmt werden. Passiert auch so. Also im Endeffekt, jeder ist auf seine Hände angewiesen. Und ja, dann hast du tatsächlich leider einfach Pech. Christian Solmecke hat gesagt, das Landgericht Ravensburg hat entschieden, dass der Finger vom Polizisten auch mit Zwang, wenn nötig, genommen werden darf, um das Handy zu entsperren. Ja, ja, genau. Darüber rede ich ja. Also, wenn du zurückscrollst auf Minute zwei des Videos, da sage ich es auch so. Glaube ich zumindest. Also, ist es zumindest korrekt, was er sagt. Wenn die digitale Version aber nicht dokumentenecht ist, wie beim Xerox-Vorfall, ja, ähm, ja, ja, aber es ist reich, würde ja reichen, wenn die das Original im Archiv haben. Und dann könnte man es ja jederzeit prüfen. Ja, und dann könnte man ja als Anwalt immer noch in Ausnahmefällen dann auch tatsächlich in die physische Akte Einsicht nehmen. Genügt fünfmal auf den An-Aus-Knopf drücken für eine Deaktivierung der Face-ID und Fingerabdruck? Ähm, ja, schon, also habe ich auch darauf hingewiesen, glaube ich. Haben Sie schon mal ein unechtes Unterlassungsdelikt verteidigt? Ähm, kommt das in der Regel vor? Weiß der durchschnittliche Staatsanwalt überhaupt noch, dass es das gibt? Ja, ist gar nicht so selten. Ist gar nicht so selten. Also ich kann mich tatsächlich an keinen einzelnen Fall erinnern, aber, ab 2030 sollen Gerichtsverhandlungen mit einem Tonband aufgezeichnet werden. Ja, ich hoffe, dass es kommt. Es wird ja jetzt immer konkreter die Gespräche zur audiovisuellen Aufzeichnung von Gerichtsverhandlungen. zumindest Ton würde ich mir sehr wünschen und es gibt nichts, was dagegen spricht. Es gibt absolut nichts, was nennenswert dagegen spricht, dass Gerichtsverhandlungen auf Tonband aufgezeichnet werden, weil es würde der Rechtssicherheit und es würde zu korrekteren Urteilen führen. Muss ich mich als Beifahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ausweisen? Grundsätzlich nein. Dafür braucht es eine extra Rechtsgrundlage. Also der Fahrer muss natürlich seinen Führerschein herzeigen, aber der Beifahrer, der ist grundsätzlich in der allgemeinen Verkehrskontrolle zum Nichts verpflichtet. Wäre die Behauptung eines Polizisten, sie lügen, eine Beleidigung? Nein. Nein. Wann ist ein Durchsuchungsbefehl unwirksam? Was muss alles drinstehen? Es müssen die nötigen Formalitäten eingehalten werden. Wäre jetzt, würde es zu weit führen, das alles auszubreiten. Aber meistens, also an die Formalitäten scheitert es eigentlich nie. Wenn, dann scheitert es daran, dass die Begründung falsch ist oder unverhältnismäßig. Ist Thujon eine Droge? Ja. Thujon ist ja der Wirkstoffgehalt, wirkstoffgehalt, ist ja der Wirkstoff von Absinth, fällt aber meiner Kenntnis nach nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Also definitiv nicht. Also es ist vielleicht eine Droge, aber es ist kein strafbares Betäubungsmittel. Wieso riecht es in den meisten Amtsgerichten nach Mais? Würde ich so nicht sagen. Würde ich so nicht sagen. Als Fahrer reicht der Führerschein oder muss man auch den Personalsweis zeigen? Reicht der Führerschein? Reicht der Führerschein? Kann man dafür bestraft werden, wenn bei einer Verkehrskontrolle rauskommt, dass der Fahrer etwas getrunken hat? Als Beifahrer jetzt? Nein. Außer du hast ihn irgendwie angestiftet zur Trunkenheitsfahrt oder so. Dann vielleicht aber grundsätzlich ist kein Problem. Könnte Buschmann, also unser Justizminister, die Weisung geben, Cannabiskonsumenten nicht mehr zu verfolgen? Muss sich die Polizei daran halten? Leider nein. Sonst hätte er es schon getan. Es ist nämlich so, dass er ja Bundesjustizminister ist, aber die Staatsanwaltschaften und die entscheiden ja darüber. Die Staatsanwaltschaft entscheidet ja, wird jetzt weiter verfolgt, kriminalisiert oder nicht. Was eingestellt wird nach § 31a, btmg, geringe Menge zum Eigenbedarf, ob das jetzt 6, 10, 15 oder 50 Gramm sind, entscheiden ja die Staatsanwaltschaften. Und die sind weisungsgebunden gegenüber dem Landesjustizminister, nicht dem Bundesjustizminister. Das heißt, das könnten die Landesjustizminister machen. Das ginge. Aber unser Bundesjustizminister könnte jetzt nicht die Weisung die Weisung abgeben, dass die Staatsanwaltschaft Münchner 1 bis zu 30 Gramm einstellen soll. Muss bei einer Hausdurchsuchung, schöne Frage, Black Angel, muss bei einer Hausdurchsuchung bei einer Frau eine Polizistin dabei sein? Nein. Dafür gibt es keine Regelung. Es wäre erst so, wenn tatsächlich am Körper durchsucht wird, da hätte man Anspruch drauf, dass das dann quasi jemand desselben Geschlechts macht. Wenn biometrische Entsperrung schon erzwungen werden darf, warum dann nicht auch den PIN wieder erzwingungshaft? Ja, das ist eine sehr legitime Frage, weil im Endeffekt also recht viel, also so groß wäre der Sprung dann auch nicht mehr, weil das Erste ist ja, ja, du musst dich nicht selber belasten, Nemo Tenetur, aber ja, ich finde es schon überzogen. Haben Sie Erfahrung mit Kreatom im Straßenverkehr? Nein, ist mir kein einziger Fall bekannt, die Polizei wird da auch nicht drauf testen, weil bei den normalen Blutuntersuchungen, Urintest, Wischtest, wird Kreatom keinerlei Rolle spielen. Dass der bayerische Justizminister das nicht macht, ist offensichtlich, ja, da würde ich mir jetzt auch wenig bis keine Hoffnungen machen. Zauberwort bei der Polizei, ja, habe ich auch am Anfang des Videos darauf hingewiesen, Zauberwort, der Polizei ist doch Gefahr im Verzug, da kann der Beschuldigte doch letztlich nichts machen. Ja, leider, ja, leider, leider, was passiert, ah, schöne Frage, was passiert bei einem Gerichtsverfahren, wenn ein Zeuge lügt und deswegen der Beschuldigte rechtskräftig verurteilt wird und dann später rauskommt, dass der Zeuge gelogen hat? Das wäre einer des seltenen Fälle, wo es ein Wiederaufnahmeverfahren erfolgsversprechend ist, also Wiederaufnahme zugunsten des Angeklagten. Wenn ein Zeuge nachweislich gelogen hat und deswegen verurteilt wird, wäre das ausnahmsweise eine Möglichkeit, eine rechtskräftige Verurteilung im Verfahren wieder aufzunehmen. Bei der Vergütungsvereinbarung im mittleren vierstelligen Bereich mit einem Wahlverteidiger für das Ermittlungsverfahren plus erste Instanz bekomme ich das Geld anteilig zurück nach Mandatsniederlegung mit dem Ermittlungsverfahren ohne Hauptverhandlung hängt davon ab, was angefallen ist und was getan wurde. Benötige ich es als Mandant für eine schriftliche Revisionsbegründung einen darauf spezialisierten Rechtsanwalt oder gehört das zum Handwerkszeug jedes Anwalt, jedes Verteiliger spezialisierte Rechtsanwalt? Also die Revisionsbegründung ist so, dafür gibt es Spezialisten und es hat auch einen guten Grund, weil die Revision im Strafprozess sehr komplex ist und dafür brauchst du Spezialisten. Also 0,815 Anwalt wird dir eine Revisionsbegründung sehr, sehr schwierig. Die Erfolgsaussichten bei einer Revisionsbegründung sind eh schon sehr gering, wenn du dann irgendwie Feldwiesenanwalt nimmst oder jemand, der noch nie eine geschrieben hat, da wird es schwierig werden. Ja, kann die Wohnung gesucht werden, wenn der Nachbar die Polizei anruft und sagt, dass es noch Cannabis riecht und sich suspekte Personen in der Wohnung aufhalten? Nur mit Beschluss? Nur mit Durchsungsbeschluss? Wenn man eine Hausdurchsuchung befürchtet, kann man kurzfristig in einem Airbnb oder Hotel wohnen und ist man dort sicher oder zählt nur der gemeldete Wohnsitz? Ja gut, wenn dich die Polizei nicht findet, kann sie nicht durchsuchen. Aber die Frage ist, wenn du eine Hausdurchsuchung befürchtest, wäre es dann nicht sinnvoll, einfach sich auf die Hausdurchsuchung vorzubereiten? Brauche ich einen Anwalt nötig oder nicht? Ich bin vor zwei Wochen straffrei gewesen, letztens wurde ich mit 9 Gramm und ein paar Tage davor mit 16 Gramm gefunden. Wie schlimm ist das ungefähr? Kannst du mir was dazu sagen? Ja, beim erwachsenen Ersttäter wärst du im Geldstrafen Bereich. Das Erste wird vielleicht noch eingestellt, das Zweite dann wahrscheinlich eher nicht mehr, wenn wir uns in einem Bundesland befinden, wo du die geringe Menge zum Eigenbedarf bei 6 Gramm hast. Das heißt, da wärst du beim Ersten vielleicht bei einer Einstellung in Gelderauflage, beim Zweiten bei einer Geldstrafe. Das heißt, so ein halbes bis einen Monats Gehalt wäre wahrscheinlich weg an Geldstrafe, wäre eine Verurteilung, wenn wir jetzt nicht eine Entkriminalisierung haben in ein paar Wochen. Sparen die Richter an unseren Rechten wegen mangelnder Zeit oder wegen Effizienz? Eher allem. Also es gibt verschiedene Gründe. Es gibt verschiedene Gründe. Gibt es einen Unterschied von einer Anhörung der Polizei oder der Kriminalpolizei bei der Vorladung als Beschuldigter? Nein. Weil die Strafprozessordnung differenziert grundsätzlich nicht, wenn es um Strafprozessrecht geht nach Polizei oder Kriminalpolizei. Also da ist grundsätzlich beim Beschuldigten bei der Strafprozessualen Maßnahme kein Unterschied. Es gibt vereinzelte Ausnahmen. Bei Hausdurchsuchen Marihuana mit Milch und Eigelb pürieren und dann runterspülen. Klappt das? Würde ich schon sagen. Machst noch irgendwie Pfannkuchen und dann und dann runter damit. Oder Essen. wird es jetzt sicher legalisiert? Nein, sicher nicht. Aber Entkriminalisierung dürfte schon kommen, wenn alles glatt läuft. Darf ich nach Verurteilung ein Bewertungsvideo über den Richter machen und seine Begründung darstellen mit meiner eigenen Meinung? Ja, schon. Das sind ja deine Daten. Das ginge schon. Du darfst natürlich nicht beleidigen werden, keine unwahren Tatsachen behaupten und auch keine Mitschnitte oder Fotos veröffentlichen, aber ansonsten ist es strafbar, wenn ich jemanden zu Tode erschrecke. Das ist ja eher eine Frage für die Studenten. Also theoretisch ja, also wenn du es absichtlich machst und damit Erfolg hast, wäre es theoretisch tatsächlich strafbar. Vorgestern Durchsuchung, 8 Gramm haben die mitgenommen und mein Handy, natürlich ohne Herausgabe meiner PIN, iPhone 12 Pro, können die vergessen, mir irgendwas außer Eigenbrauch nachzuweisen, oder? Ja, also die werden ins iPhone 12 Pro wegen 8 Gramm werden die nicht knacken. Wie lange ermittelt die Kriminalpolizei in einem Fall, wo man als Zeuge in einer Straße, wo jemand erwischt wurde mit nicht geringer Menge und man selbst BTM-Einträge hat und sie zusammengerechnet haben? Boah, ganz unterschiedlich. Also ein Strafprozessuale oder ein Ermittlungsverfahren zwischen 6 Monaten und 18 Monaten ist alles gut möglich. Es geht auch immer schneller, es geht auch mal bedeutend länger, ganz langsam. Wie viele schwarze Krawatten haben Sie? Ich glaube drei. Ich glaube drei. Wenn man in einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wird und Sie sehen zwei Blister Oxycodon, wird man trotz chronischer Erkrankungen dann angeklagt und vor Orte Führerschein eingezogen. Führerschein eingezogen nicht, weil dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Anklage bei Oxycodon, ja, hängt davon ab, hast du ein Rezept oder nicht. Mit Rezept wäre es kein so Problem, aber ohne Rezept ist eine Ordnungswidrigkeit. In 81 B Strafprozessordnung steht doch nur, dass zum Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens Fingerabdrücke aufgenommen werden dürfen. Wieso gilt denn das Drücken mit den Daumen aufs Handy als aufgenommen? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Und das wäre ein guter Grund gewesen für das Landgericht zu sagen, nein, von 81 B Strafprozessordnung ist gerade das nicht umfasst. Haben Sie mal jemanden wie El Chapo verteidigt? Äh, nein, also schon natürlich ist hin und wieder selten mal organisiertes Verbrechen dabei, aber so nicht nein. In der Größenordnung gibt es ja irgendwie auch nur vielleicht 20 auf der Welt. Ich bin schon länger Mandant bei Ihnen und morgen rufe ich wieder mal an. Sie sind eine liebende Legende. Vielen Dank. Morgen besser nicht, denn morgen ist Ostermontag, aber Dienstag gerne. Was war bis jetzt das Lustigste, das Sie erlebt haben? Boah, schwierig. Schwierig, ich denke darüber nach. Ist § 184, ich beantworte jetzt die Frage, die schon so oft gestellt worden ist, ist § 184k schon erfüllt, wenn man eine fremde Person speichert, muss ich jetzt tatsächlich ausnahmsweise googeln, § 184k wenn man eine fremde Person speichert, wenn nicht klar ist, ob diese zugestimmt hat. § 184k ist Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Ach, das ist, ja, okay. Ja, unbefugt, also ich lese den Paragrafen jetzt tatsächlich zum ersten Mal, da steht ja unbefugt, wenn man Bildaufnahmen macht. Mit Freizeit haben bis zu zwei Jahren wird bestraft, absichtlich oder willig von den Genitalien, Gesäß, der weiblichen Brust oder der diese Körperteile bedeckenden Unterwäsche einer anderen Person unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt, soweit dieser Bereich gegen Anblick geschützt sind. Wird nur auf Antrag verfolgt, okay. Ja, unbefugt steht da, unbefugt. Das heißt, wenn die Person zustimmt, ist okay, wenn nicht, dann nicht. Wenn du nicht weißt, ob die zugestimmt hat, also, wenn du nicht weißt, ob die zugestimmt hat, dann wäre es ja eher unbefugt, oder? Wo findet man Opferanwälte? Bei der Rechtsarwaltskammer zum Beispiel gibt es normalerweise Listen und man muss auch sagen, die meisten Anwälte für Strafrecht, die auf Strafrecht spezialisiert sind, vertreten auch Opfer, weil es ja auch im Strafprozess stattfindet. Also wir jetzt nicht, aber ich sage mal, 95 Prozent aller Anwälte für Strafrecht, Fachanwälte für Strafrecht, Strafverteidiger sind auch als Opferanwälte tätig. Steht das Grundgesetz nicht über der StPO? Ja, doch, klar. Ja, ja. Ich glaube, ich muss mich verabschieden. Es ist spät geworden. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es hat mir immer riesengroßen Spaß gemacht. Abonniert den Kanal. Wenn eure Frage nicht drangekommen ist, dann schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht komme ich noch dazu, die zu beantworten. Liked das Video, gebt mir Daumen hoch, abonniert den Kanal. Wenn ihr keinen Live mehr verpassen wollt, dann schaltet die Benachrichtigungen ein. Es war mir wie immer eine riesengroße Ehre und hat riesengroßen Spaß gemacht. Wir sehen uns. Wenn ihr einen Strafverteidiger braucht, irgendwo in Deutschland, meldet euch bei uns. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.